Mach die Augen zu, ich führe dich. Warte. Toll! Wird mir nicht hingegebrügelt. Ich habe mir eine Blume in der Hand. Ja, geh geradeaus weiter. Falsch. Richtig. Na, das ist endlich. Ich hab's all verschlungen. Hallo Leute! Hier sind wir mit Christus 2051. Waruna im See. Mavia, hi. Hallihallo! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft City 2 mit dem Zephtek Modpack von Waruna. Jo. Rücken wir die richtige Taste, jawoll. Du hast irgendwie viel gebaut? Ja, ich hab viel gebaut, die anderen haben viel gebaut. Es geht so langsam gut voran hier. Langsam gut. Ja, noch ein bisschen dachlos, aber sieht sehr stark wirklich nach Bauernhof aus. Auch dieses Fachwerk finde ich sehr lustig. Ja, die sind cool. Claywalls. Ich hab jetzt extra noch ein bisschen Dark Oakwood besorgt, damit das farblich besser passt. Mhm. Wir haben bisher hier ein paar Kühe. Ähm. Ja, im Livestream hab ich die da hinten geklaut. Ich weiß nicht, wer die da eingebunkert hatte. Ähm. Hier ist noch ein Häschen. Ui. Genau. Ja, Häschen. Teufels... Teufelshäschen. Mit den roten Augen. Und da vorne haben wir auch sogar... Nein! Wer... Da waren mal Schweine drin, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht wahr, oder? Die waren vorhin noch da. Ja. Also... Jetzt vorhin weiß ich nicht, hab ich nicht drauf geachtet, aber... Da waren noch... Ich hab gestern noch welche drin. Ich hab keine Tiere vernichtet, oder sowas. Ach, Mensch. Muss ich wieder Schweine organisieren. Megfisto, geh mal rein. Oink, oink, Fisto. Oink. Ja, 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 ja. Jo. Ähm. 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 Maybia, willst du auch erzählen, was du gebaut hast? Ja. Also, ähm. Es ist ja so... Megfisto muss sich die Augen verbinden. Ja. Blutmagie machen wir nicht. Das ist böse. Deswegen hier keine Blutmagie. Blutmagie gibt's ja nicht. Also... Ne? Ja. Ja. Gibt's nicht. Mach die Augen zu, Megfisto. Nicht. Ich fühl dich, komm. Ich fühl dich. Mach die Augen zu, ich fühl dich, warte. Toll! Wird mir nicht liegen. Gibt mir die Blume der Hand. Er geht gerade aus, weiter. Falsch. 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 Richtig. Du hast... Tal verschlungen. Huch, ein kleines neues Tal. Juhu. Juhu. Uh. Ein Inzenz-Altar. Inzenz. Ja, das ist Weihrauch. Das erhöht die... Also es ist... Es geht... Bei diesem Inzenz geht's im Prinzip darum, dass du deine Seele beruhigst, also runterkommst und dann kannst du mehr Blut spenden, mehr Lebensenergie. Okay. Das ist gut zu wissen. Weiß zwar nicht, wie das am Ende aussieht, aber... Schauen wir mal. Äh... Ja. Es wird halt... Der Weg wird hier halt immer größer und hier in diesen Feldern dazwischen muss halt mit Natur und Lebensenergie und so. Also fließendes Wasser, äh... Karotten angebaut, Weizen etc. Also mehr Natur. Und dann... Bekommt der Altar hier einen Bonus. Und wenn du dann hier stehst mit, äh... Mit dem Messer... Äh... Ich hab meins für ihn abgelegt. Ja. Dann fängt der Altar an, normalerweise zu, äh... Hier zu flackern. Das ist jetzt schon aufgeladen. Und wenn dann fünf Sekunden lang da stehst, geht die Flamme wieder aus. Und dann hast du dein Messer aufgeladen. Dann kannst du zum Altar gehen. Und dann schwupps... Hast du die maximale Menge, die du aus deinem Blut vollständig, äh... Haben kannst, da rein geopfert. Okay. Hab dir dann auch schon Self-Sacrifice-Runen. Das ist jetzt also ein Altar Level 2. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich kann auch nur ganz schwach folgen. Aber ich hab ja schon mal ein bisschen Blutmagie gemacht auf dem... Keine Ahnung mehr welchen Server. Hellfire Forge. Ja. Ein weiteres zusätzliches Gerät schafft, indem man Zeug machen muss. Wir haben aber sehr früh. Also bei Terraria haben wir länger für die Hellfire Forge gebraucht. Etwas, ja. Ja, und dazu muss gesagt werden, dass Mavia sich hier richtig Mühe gegeben hat, diesen Ort geheim zu halten. Ja, weil, äh... Eigentlich hätten wir alle auf den Boden gucken müssen. Ja. Hier soll auch theoretisch noch ein See entstehen, dass hier Wasser drin ist. Ähm... Damit hier auch, ja, keiner auf die Idee kommt, da hinten mal lang zu laufen. Und das ganze Tal ist abgeriegelt. Da kommst du ja nicht rein. Es sei denn, du machst Gewalt. Du setzt Gewalt ein. Hm. Habt ihr die Parrots eigentlich schon umplatziert? Äh, ich hab die da... Ich hab die da hinten hingestellt, weil sie da hinten, äh, ständig von den Blitzen getroffen wurden. Irgendwie wahrscheinlich die Schweine auch, als ich das Buch aufgeladen hab. Ah. Hahaha. Ah, ja, ja. Da haben wir vorhin schon wieder Showgrotz gehabt. Bei unserem Haus vorm See. Einfach mal so. Im See vorm Haus. In der Tat. Ähm, ich stelle mal die Trommel und so Zeug hier hinten bei dem Portal hin. Kannst du tun, ja. Weil ich brauch den Platz hier, wo wir das hier gebaut hatten, den brauche ich noch. Aha. Ich bin gerade von oben in dein Eingezäutes gegangen. Ja, du kannst natürlich auch, ähm, über die Blätter, äh, ins Tal gehen. Aber zu Fuß, wie gesagt, geht's halt nicht, außer du gibst dir wirklich Mühe. Ja, ja, ich find das doch schön, dass die Blätter jetzt so ein bisschen überstehen. Solang's nicht so ist, wie es, äh, war, ist alles gut. Okay. Ich würd sagen, wir kommen aber jetzt noch ein bisschen vorwärts. Damit da auch, ja, keiner reinkommt. So, wir wollten aber mal ein bisschen im Tech vorwärts kommen. Ja, dann kommst du wieder hier vorne an den Weg. Ich bin schon beim Haus. Dann kommst du hier an den Weg. An den Weg. Na gut, wir haben eben schon... Ah. So, wir wollen ja, ähm, weiterkommen im Fortschritt, dann, das heißt, wir brauchen jetzt einen Beneath-Teleporter. Genau. Und ein Beneath-Teleporter ist natürlich nicht einfach nur aus Quadruppel und, äh, Pentuppel Cobblestone, wie er sonst immer ist. Ja. Womit kann man denn da hingehen? Womit kann man denn da hingehen? Ein Demonic Will, Dark Oak, Penscate, Monolith Stones, viermal. Ein Leer-Teleporter, Kohle, Staub und Gantor, oder? Tja, ähm, Plank-Teleporter hab ich, andere Sachen alle auch. Und wenn du dir das Rezept mal genauer anguckst, das ist kein normales Crafting-Rezept. Hm, Location, The Overworld. Required, 1000 PE. Also 1000 Energie von dem, ähm, necronomicon. Ja, das ist ein Abyssalcraft-Dark, äh, äh, Ritual. Oh! Ne, da rennt irgendwas rum. Okay, nicht schlecht. Und da wird jetzt das Ritual vollführt. Lieber mal noch einen Schritt zurück. Und noch einen, und noch einen, und ich lass dich machen, ich bin hinten im Haus. Dann... Dann, was jetzt... Huch! Da... Nein! Hinschellen! Ich wollte die Beere nochmal herunternehmen. Blech! Blech, Beere. Pfui. Okay. Du hast das jetzt wohl so angeordnet, dann wird das wohl der Scan-Powder sein, was da drauf muss. Genau. Und dann... Uh! Hui! Vulkan! Gegenstelle sind verschwunden. Dienstere Beschwerungen! Holla! Wir haben uns vom Blitz getroffen. Da-da-da-da-da! Das direkt aufgesammelt. Das wird dann wohl der Bini-Teleporter gewesen sein. Ja. Dann kann man... Dann stelle ich jetzt mal hier hin. Sollen wir nicht zu dem anderen Teleporter machen? Kann man auch. Ach, das ist nur so ein Block-Teleporter, kein Süße-Teleporter-Klaywalls weiter. Ich hoffe, der geht jetzt nicht. Okay. Die Claywalls sind interessant, vor allem die Diagonal-Claywalls. Das kommt drauf an, in welche Richtung du denn anbaust. Ähm, das war richtig. Und dann links zum... Und dann, äh, geht die Diagonale nämlich dementsprechend. Und danke für die Erde. Hm? Nein, da gibt's noch einen Trick. Da duckt man sich gar nicht nur über den Teleporter. Ne, bin ich Teleporter, muss man nur klicken. Oh! Ich duck mich also denn? Nein, das geht nicht. Äh, ja, danke. Ich seh nichts. Es tut mir weh. Hörhör! Du musst dir Augen aufmachen. Ist so ein kleiner Trick. Ah! Jetzt ist das Licht erst gekommen. Trotz Torches und allem. Ups. Ne. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen von der Decke entfernen? Oh. Äh, hattest du vorhin gesagt, Maruna, dass du, äh, Mulberry gefunden hast? Japp. Japp. Oh, ich hoffe, die hast du auch mitgenommen. Achso, aber nur den Baum. Jaja, also, äh, Baum, Sapling... Der Baum ist in dem Sägewerk, da wo er hingehört. Weil, das ist nämlich eines der nächsten Sachen, die wir gemacht haben. Ich finde die Karte toll, die zeigt mir absolut gar nichts. Ja, ja, ja. Ist hier, glaube ich, relativ irrelevant. Also, wir sind jetzt in einer reinen Mining-Welt, oder? Äh, ja, ja. Es gibt hier durchaus Monster. Ja, wir sind ja auch unter allem. Und, äh, weit mit unten assoziiert man doch zumindest so etwas wie Hölle, Dämonen und Säge. Wir sind wahrscheinlich zwischen Neta und Oberwelt. So höllig ist es hier nicht, aber... Höllig ist es nicht? Noch nicht so wirklich. Es gibt zwar massenweise Monster hier, die sind auch unangenehm, aber... Äh, guck... Oh, ich hab Quarz gefunden. Äh, Quarz. Äh, und... Haben wir keine Kohle mehr? Quarz und... Aquamattel. Nicht so viel. Ja, das hatte ich doch vorhin schon bemängelt. Wir hatten sowohl wie keine Kohle mehr. Ich habe jetzt noch einen Stack Fackeln und das war's. Ich finde, sonst hast du einen Stack Fackeln. Ja, ich weiß doch, dass es beneath Dunkel ist. Ja, die Kohleblock kann man nicht einfach... Auseinander craften. Oder auseinander zerlegen. Das geht jetzt nicht mehr. Konnte man doch früher, glaube ich, beliebig ineinander umwandeln. Ja, früher. Außerhalb dieses Packs. Bom 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 bom. Nein, nicht meine Spitzhacke in die... Ach, hab ich verpiept. Jetzt habe ich gerade ein anderes Lied im Kopf. Ach, scheiße. So, es sieht schon mal gut aus hier. Oh, die Hasen. Ich dachte, das wär'n mehr. Wir haben irgendwo wieder ein Enderman in unserer Basis in der Nähe, wo wir nicht finden... wo wir die Monster nicht finden. Das stört dich, weshalb? Weil's die ganze Zeit Monstergeräusche macht in unserer Basis. Oh. Ja, das Klacker des Skelett ist aber vielleicht das, was neben der Haus steht. Weil Griefing ist ja aus. Griefing, ja. Was ist denn Griefing? Nur dem anderen was klauen, glaube ich. Dass der Enderman dir was klauen kann. Ach so, das... So, jetzt muss ich eigentlich mal gucken. Ich hatte vorhin noch ein bisschen Oakwood... ...in die... Wie heißt denn das? Toll! Die Höhenangabe momentan? Nö, nein. Nö, oder? Ähm... Wenn du da... Wenn du das, ähm... Lamm nimmst, also das Lot, dann kannst du dir anzeigen lassen, auf welcher Höhe du bist. Oh, okay. Ich hab was gefunden. Aber wir können immer noch nicht chisseln, gell? Wie lange dauert es denn noch, bis wir Eisen haben? Äh, du kannst chisseln Bits machen. Chissel geht noch nicht. Eisen ist erst im nächsten Zeitalter, da gehen wir jetzt gleich hin. Oder... Hoffentlich bald. Aber chisseln Bits, wie gesagt, geht. Ja, aber das möchte ich nicht. Ich möchte gern, äh, das Holz ein bisschen umchisseln. Ja, mit chisseln Bits kannst du dann noch viel schönere Sachen machen. Ich habe Black Quartz Ore gefunden. Mitnehmen, mitnehmen. Und eine Höhle! Nicht runterfallen, so süß. Nicht runterfallen ist gut, die ist echt scheiße tief. Naja, ich kann ja danach noch chisseln. Das ist ein scheiß Riesenteil, also wirklich unglaublich. Ich kenne ja Minecraft-Höhlen, aber sowas Großes hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Es ist ja auch in dem Sinne keine Höhle, sondern die eigentliche Dimension. Das ist das Loch in die Hölle. Ist das so riesig. Wenn du da runterfällst, bist du im Nähter. Nähter dich auch gleich. Wir gehen langsam die Fackeln aus. Mir gehen nur die Steine aus. So, die Farbschattierung passt dir gut. Also der Farb-Akzent. Wir müssen noch tiefer, um das Aquamarine zu finden. Mein Problem ist eher, ich wüsste nicht, wie ich hier runterkommen soll. Also einmal in den Totspringen, ja, kein Problem. Runterspringen ist nicht das Problem für mich, das schaffe ich aber. Ja, dann mach mal. Hier ist es sehr, sehr tief. Und es ist auch nicht, wie man da runterkommen soll. Überall sind... Kannst du doppelte Herzen haben. Wo bist du, Fisto? In den anderen Gang. Ich habe auch einen gegraben. Du hast ja einen eigenen Gang gegraben. Warum denn? Ich bin doch hier schon. So, warum sollte ich jetzt bei dir runtergehen? In eine andere Richtung. Ich bin nicht weit. Ich musste nicht weit. Ja, hier unten ist schon ein Loch, wo es runtergeht, deswegen. So, hier seht ihr einen Bug. Hier sieht man es besser. Der ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und schon. Wenn ihr Stufen machen wollt, und ihr setzt die Dinger so rein, dann kriegt ihr hier Slabs raus. Das ist doof. Dann müsst ihr einmal nochmal rausgehen. Dann kriegt ihr erst die Stills. Warum hast du eigentlich doppelte Herzen? Weil ich mich ausreichend ernährt habe. Ich bin ausgewogen ernährt. Ich habe auch doppelte. Du bist der einzige, der immer nur Fleisch isst. Ich sollte mehr Gemüse essen. Ja. Ich habe auch schon 15 Herzen. 1, 2, 4, 6. Jetzt bist du zur Seite gegangen. Ich kann nicht weiter zählen. 2, 4, 6. Warte mal ruhig stehen. Ich habe doppelte Herzen. Da gibt es nichts zu zählen. Okay, dann sind es ziemlich genau 20. Schnell kombiniert. Ich wollte auch wirklich zählen, ob das stimmt. So. Hier würde ich gerne nochmal eine Treppe hoch machen. Das Dachgeschoss. So, jetzt müsstest du gleich runterfallen. Mach mal das hier am besten. Guckst dich einfach. Guck mal mal deine Treppe an. Immer mit dem Kopf oben gegen schlägt. Und dann gibt das Kopfschmerzen. Dong, 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 dong. So, langsam. Ah, hier gibt es schon eine zwischen Plattformen bei dir. Hä? Hä? Nö, bei mir gibt es keine zwischen Plattformen. Bei mir, ja. Bei mir gibt es ein zweites Geschoss. Das Dachgeschoss eigentlich schon. Aua. Aua. Scheiße, ich weiß es gerade nicht. Außerdem ist mir auch, der Stein ist mir ausgegangen. Kann dir noch sechs Limestone und drei Diorit geben. Ne, ne, ne. Wir haben aber, glaube ich, zu Hause noch jede Menge Steine. Jetzt auf einmal funktioniert es wieder. Fackel hier unten mal ein bisschen noch. Aber nicht zu viel Fackel. Ja, so viel, dass man hier unten einen sicheren Spot hat. Ah, jetzt kommen hier drei Millionen. Klötter. Klötter. Und so, jetzt habe ich keinen Bird-Shoot mehr. Schade. Muss sowieso gucken, wie ich hier jetzt weiterbaue. Ja, dann schau mal. So. Das war die Rennen statt die Druckenkasse. Tja, dumm gelaufen. Aber ich habe es überlebt und habe tatsächlich nur sieben Herzen verloren. Für einen Sprung aus der Höhe. Wenig. Also irgendwie erinnert mich das Black-Quarz-Rohr an Tertus-Quarz. Einfach nur so von der Häufigkeit. Und dass immer nur so zwei, drei Blöcke nebeneinander sind. Habe ich nicht an, dass es das äquivalent dazu darstellt. Nö. Das ist ähm... 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 Blackboards, das ist aus Actual Editions. Was brauchst du da für alles? Was grummelt denn hier bitte für ein Monster? Gibt es gleich irgend so einen dicken Endboss oder sowas? Äh, das ist der... Ah, ich habe Schiss in den Silberfisch da. Äh, der... Ne, nicht der Groot. Äh, irgendein... I'm Groot. Jaja, ähm... Hast du etwas zu essen dabei? Natürlich habe ich was zu essen dabei. Könntest du mir vielleicht was geben? Mhm. Sag nein, sag nein. Ich kann hier ein paar Beeren abdrücken. Egal. Hauptsache, ich kriege irgendwas zu essen. Ich war satt gegessen, bevor wir los sind, aber jetzt wieder Hunger. Federmütze! Hu! Danke! So, ich guck mal, ob ich das hier so irgendwie hinkrieg. Warum gräbst du von hier aus nach unten? Ey, weil wir noch ein bisschen tiefer müssen, soweit ich das sehe, um die Dings zu bekommen. Aquamarine. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Höhe, aber... Okay. Boah, der Creeper da unten, der läuft rum und hat ein Auge auf mich. Creepy! Haha. Ich glaube hier ist gerade auch einer gewesen. Ganz schön düster. Ja, das Problem ist ohne Fackeln. Meine sind auch alle. Ungünstig. Ich sag mal, noch ein bisschen Black Quartz. Ja, je mehr muss besser. Oh, ein schwarzer Creeper. Oh, hier unten gibt's Leben. Das wollte ich eigentlich gar nicht so bauen, ich wollte es eigentlich so wie da drüben machen. Verdamm' ich. Wow! Fiese. Die hier weg. Interessant. Einfach mal Leben im Trockenen gefunden. Ja, Leben gibt's auch bei uns in der Oberwelt unterirdisch. Das ist aber neu, gab es früher nicht. Früher gab's ne ganze Menge nicht. Oh Creeper, hi! So, ich werde mich jetzt ein bisschen an dem Dach da drüben orientieren, damit das auch relativ ähnlich aussieht. Auch wenn ich das eigentlich ein bisschen zu hoch finde. als Architektonisch in eine etwas andere Richtung. Ah! Sag, ne, du hast doch keine Waffen mehr dabei. Doch, 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 Waffen hab ich noch. Ne, ich hab ja Steinwaffen. Ich hab genug Koppelstunde, die ich abbauen kann, um die Waffen wieder einsatzbereit zu machen. Das ist kein Problem. Hm, das war jetzt nicht so klug. Ne? Nur hab ich nicht genug, ähm, Essen dabei, ich bin schon wieder am Verhungern. Machen wir mal was dummes, ne? War dumm. Hättest du doch einfach die Beeren essen können, die ich dir hingeworfen hab. Ah, da hinten. Halt halt, ich will auch hoch. Komm mir gleich wieder. So, das ist der Rohbau, ich werd mir jetzt mal angucken, wie das wirklich aussieht. Tanja? Äh, hier um, mit deinem Cobblestone hier um die Säule mal dich hochbauen. Ich hab aber nur 18 Cobblestone. Oh ne, jetzt muss ich zu dem Creeper runter. Ich kriege permanent Schaden und ich weiß nicht woher. Dunkelheit. Ernsthaft? Ja. Oh, das war mir neu. Ah, Vorsicht! Ich hab dich gesehen im Schatten und versuch dich nicht wegzuschubsen. Hm. Nicht mich, du wärst beinah runter, weil ich da... ...gebaut hab. Ah, okay. Ich hab dir den, äh... ...beinahe den Cobblestone unter den Füßen weghantiert. Haben wir überhaupt schon irgendeinen Minenschaft in der normalen Oberwelt? Jep. Jep. Wo? Bei mir? Ich hab den schon vor Ewigkeiten gebaut. Wo ist denn bei dir? Hinter Seegemühle. Nein. Hinter... Du läufst in die falsche Richtung. Ähm... Wenn du weiter runter gehst, schon. So, ähm... Das Dach gefällt mir nicht so ganz, glaub ich. Nur diese uralt Tran von Silmtra. Na, unten gibt's auch noch andere. Uh, und Lava! Äh... Wow, es gibt ganze Blöcke Schuhgurt-U's. Nicht nur so ein bisschen, so einen ganzen Block voll. Ich hab ne Idee, wie ich das umbauen kann. Na... Auf der Suche nach Kohle. Uh, watch. Ach, Kohle suchst du da unten, das kannst du vergessen. Ja. Warum? Weil du die da nicht findest. Wir haben dir doch jetzt schon mehrmals gesagt, dass man Ärzte nur noch über diese Prospecting-Geschichte findet. Dass du musst, äh, Samples auf der Oberwelt finden und dich dann runtergraben. Du kannst nicht einfach, äh, wild in irgendwelche Höhlen der Hoffnung, dass du dann was findest. Drei Jahre lang geschäftigt, du findest nix. Ach so! Das ist dein Zeitpunkt. Ich dachte, das müssen wir nur am Anfang mal machen, um das sozusagen freizuschalten. Nein, das ist immer so. Die Ärzte sind so in der Welt verteilt. Okay, das ist natürlich doof. Ähm, wie hieß denn das Ding nochmal, das ich gebraucht hab? Irgendeine Wünschelroute oder sowas war das? Nach im, äh, Achievement-Tree. Uh, dann machen wir das doch mal. Sind noch ein paar Minuten Zeit, aber nicht mehr viele. Wir sind langsam in der Endzeit. Oh, stimmt. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Ah, siehste mal, deswegen hast du ja mich. Keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Autsch. Äh, du könntest auch im Tech-Tree gucken wahrscheinlich. Ja, in dem bin ich gerade. Ähm, die, dein Schraubenschlüssel. Zwei unter der Kiste. Prospecting. Rot. Dosing Rot. Dosing Rot, ja. Okay, find ich zwar nicht im Tech-Tree, aber du hast ihn ja genannt, wie's heißt. Dosing. Ah. Das, wo du dich schon mal vertippt hattest, weil du's mit OU geschrieben hast und deswegen nicht gefunden hast im NEI. Hm. Joa. Irgendwann müssten wir doch von den Dosing Rot noch haben. Da ist er doch. So. Stimmt. Den muss ich mitnehmen und dann hinklicken, um zu gucken, in welche Richtung ich muss das machen. In welche Richtung, in welche Tiefe, ja. Hier. Hier müsste so ein Holz drunter sein. Ähm. Da gibt's wahrscheinlich vor dem nächsten Zeitalter kein Upgrade zu dem Rot, oder? Nein. Im nächsten Zeitalter gibt's einen besseren, aber nicht davor. Gerade. So, das Problem ist, hier kann ich eigentlich gar nicht so bauen, wie ich möchte, weil... Das ist ja die End-Seite. Oh! Azurid. Brauchen wir das? Nö, ne? Das ist Kupfer. Auch wenn's nach Lapis klingt, das ist Kupfer. Azzurro. Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Danke. Nein. Wir sind schon bei Badrock, ist der so... so weit... so niedrig. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir irgendwie schon 60 Blöcke runter sind. Und nur weil da oben ein Sample ist, heißt das nicht, dass dann auch das Erz direkt unten drunter ist. Das ist in dem Chunk, du musst es erstmal finden. Ja, ja, nee. Ich bin einfach mal die Treppe runtergegangen und scanne die ganze Zeit mit dem Dosing Rot in alle möglichen Richtungen. Ups, falsches Werkzeug. Ferrokalzit. Klingt doch halt seine Eisen drin. Ja, nur, dass wir da jetzt momentan noch nichts mit anfangen können. Ja, ich glaube nicht, dass wir in der... weil, keine Ahnung, sind wir schon in der Steinzeit mit Eisenkarbonat oder so irgendwas anfangen kann. Jetzt noch nichts. Außer es vielleicht gerade so abbauen und es dann fallen lassen, weil wir es nicht kennen. Na gut, dann werde ich mal zwischen dieser und der nächsten Folge schauen, dass wir noch ein bisschen Kohle ranschleppen können. Ja, ich suche weiter nach Aquamarien, dass wir in der nächsten Aufnahme dann auch was haben. Und ich kümmere mich weiter um das Bauernhaus. Es müsste nächste Folge fertig sein. Am Dienstag... Nein, Quatsch. Nein, vergiss es. Gestern, wenn diese Aufnahme rauskam. Gestern, genau. Wenn diese Aufnahme vorbei ist, dann ist auf jeden Fall mehr fertig. Okay, vergiss es. Bis dann. Es passiert halt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal, wenn euch die Folge gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben, ein Abo oder ein Like da. Und schau noch mal bei Baruna vorbei. Jojo, bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Bye.